Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, ich würde sagen schon Spider-Man. Als Kind viel Spider-Man geschaut, hat mich immer imponiert, fand es ganz cool. Fußballer auf jeden Fall, war für mich der alte Ronaldo von Brasilien noch. Ist auch mein großes Idol mit Ibrahimovic, das sind meine zwei absoluten Lieblingsspieler. Und ich muss sagen, Ronaldo hat schon ein bisschen meine Jugend geprägt, immer alle Tricks versucht nachzumachen auf dem Platz oder draußen auf der Straße. War schon der beste Spieler für mich auf jeden Fall. Ja, ich bin stolz jetzt hier bei Sandhausen der zweiten Liga zu sein, die Chance zu haben hier Fußball zu fassen und zu spielen. Das ist für mich eine große Chance und ich freue mich drauf und das ist für mich eine große Sache. Also ich muss sagen, ich gehe sehr gerne gut essen. Das macht mir viel Spaß und ich finde gutes Essen tut auch immer gut. Ansonsten, ich fahre auch gerne Urlaub, reise gerne, neue Sachen kennenlernen, neue Städte, neue Kulturen. Das finde ich sehr interessant. Wenn das Essen zu spät auf den Tisch kommt, da werde ich sauer. Papierkram auf jeden Fall. Irgendwelche Briefe oder sonst so, ich bin ein bisschen faul. Aber ja, wenn es sein muss, dann mache ich es. Aber ansonsten bleibt es schon ein paar Tage, Wochen liegen. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Kopfball üben, das ist nicht so meine große Stärke. Ansonsten, ja klar, es gibt immer Kleinigkeiten, die man noch üben muss. Vielleicht manchmal die Meinung gerade aussagen und nicht einfach zurückstecken. Aber das lernt man alles mit der Zeit, es kommt mit der Erfahrung. Das familiäre, das familiäre, also hier ist wirklich ein guter Zusammenhalt, das merkt man sofort vom Tag 1. Man wurde gut aufgenommen, die Jungs sind alle sehr nett, haben uns geholfen und man fühlt sich direkt wohl und das ist nicht üblich. Hartwald TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.